Mein Name ist Aline Quandt und ich arbeite als R&D-Ingenieur bei Technoform Taylor Solutions. Ich spreche heute über das Thema Nachhaltigkeit von Kunststoffen, indem ich aufzeige, wo technische Kunststoffe gegenüber Aluminium oder Stahl punkten können. Das Besondere an den thermoplastischen Kunststoffen, wie wir sie hier bei uns bei Technoform verarbeiten, ist, dass sie eine sehr lange Lebensdauer haben und am Ende ihrer Lebenszeit wiederverwertet werden können. Thermoplastische Kunststoffe lassen sich besonders gut recyceln, weil sie aufschmelzbar sind und dann wieder zu Granulat verarbeitet werden können. Deswegen ist es wichtig, die Produkte von Anfang an so zu konzipieren, dass sie später trennbar sind und wieder zurück in den Kreislauf geführt werden können. Früher wurde Nachhaltigkeit oft mit hohen Kosten verbunden. Das ist heute aber nicht mehr so. Es kann sogar kostengünstiger sein, weil man die Kunststoffe wieder in den Kreislauf zurückführt. Ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand. Deswegen bin ich stolz darauf, bei Technoform Teller Zwicklungs zu arbeiten, weil wir den Kunden nicht nur hinsichtlich Materialauswahl und Produktdesign beraten, sondern eben auch ganzheitlich und damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.